Hey Sassi. Hallo. Saskia ist Toast. Und das ist einfach voll geil. Gerade hier in der Mitte. Hallo. Ich weiß nicht, ob man dich sieht. Sieht man nicht. Da sieht man nicht. Muss mal winken. Voll der Kontrast. So Sassi einfach so mit nichts. Ich so mit nichts, aber mich sieht man nicht. Und dann du so mit Weste und Helm und allem. Okay, ich hab wenigstens noch Hamtou an. Du nicht, aber du auch nicht. Okay. Hi Guys. Ja, ich weiß. Wir reiten zu dritt nebeneinander. Sieht ihr Sassi nicht. Sieht ein Apfel. Immer nur am Essen. Ah, der schimmelt voll schön. Der weiß erinnert mich nicht. Ich hab den go. Was, meins? Deins? Ja, meins aber auch. Die Lady so, wuh, ich bin jung. Ich kann rennen. Das sieht aus wie so ein Ferkel mit so einem Apfel. So, wir sind hier. Sassi ist schon wieder am Essen. Immer. Ah. Ganz zufällig. Ne? Zu. Zu Nick. Trenn dich mal um. Leo. Sassi. Wir waren gerade Eierkuchen essen auf dem McDonalds Weg. Der war mega geil. Auf jeden Fall. Uah. Auf jeden Fall waren wir auf dem McDonalds Weg und bei Antonias Eltern, weil da irgendwer Gewürze hatte. Und ja. Wir haben das einfach mal in McDrive getauft. Und es war sehr lecker. Und vielleicht sieht man mich so auch mal. Leute, ihr müsst mal alle hergucken. Und winken. Natürlich. Guys. Und Nick winkt mal. Hey everyone. Das ist ein Dazzi. Auch noch. Vorhin. Und Kataro, zu Nick. Spinne? Fliege verspuckt. Oh, Fliege. Und dann hat sie sich aufgespuckt. Und dann hatten sie die Flügel nur noch im Mund. Und das war voll eklig. Hallo? Die Fliege hatte scharfe Flügel. Das war schärfer als scheiße Scheiße. Scharfe Flügel. Lasst uns das singen. Alle meine. Nein. Alle meine fährt. Wir laufen im Galopp. Laufen im Galopp. Fals übersteigt. Rechts oder links? Oder geradeaus. Geradeaus. Zur Ruine, ne? Okay. Ja. Immer. Wir sind wieder auf dem McDonalds Weg. Ja, dann müssen wir was Neues ausdenken. Hä? Wir müssen uns was Neues ausdenken. Ja, aber das können wir mit einbauen, weil das war cool. Okay. Dazu müssen wir uns noch was zu singen. Irgendwas mit Regen, wo wir dann bürgen und eintörnern und ja. Anni, mein kleines Einhorn, rennt auf dem Regenbogen. Und Kantaro scheißt die Wolken dazu. Scheißt äh. Bunte Wolken. Bunte Wolken. Und Lady, Lady ist der Herrscher des Regenbogenlandes. Und wir verlieren sie gerade. Fashion. Fashion. Fashion ist da. Wie viel Watt fährt. Lady, das ist der Stein. Ah. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Warum singt keiner mit? Schwimmen auf dem See. Alle meine Entchen schwimmen auf dem Boot, schwimmen auf dem Boot, fahren 180 sind alle tot. Was kennt ihr für Sachen? Warum kenn ich die alle nicht? Kataro, ich fass deine Ohren an. Das mag ich nicht. Ist mir doch egal. Ja, lass uns Witze erzählen. Zunik, erzähl deinen Witz. Okay, gut. Sitzchen? Lauter. Ähm, ja, ja. Ja, ja. Okay. Okay, nein. Nein, die machen es alles nicht. Okay. Eine Frau kommt mit zwei Verwandten. Okay. Eine Frau kommt mit zwei Verwandten. Okay. Hallo. Ich fang gleich mal für den Wachen. Ich fang gleich mal für den Wachen. Okay. 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 Ah, ich fang gleich mal für den Wachen. Und der andere nicht. Was? Ich fang gleich mal für die Idee, der nicht sprechen konnte, in die weite Welt hinaus um vier setzte zu sein. Als erstes der wichtigen Pfingst du nicht festst. So. Wir traben. Yay. Und ich sehe Sassi nicht. Ich hoffe, dass da ist sie. Ja, wir sind richtig. Okay. Wir sind noch nicht da, aber wir sind gleich auf dem coolen Weg. Ich weiß es. Wir kommen jetzt auf diesen coolen, ganz schmalen Weg. Der war mega cool. Okay. Deswegen musst du Abstand halten. Da kommen wir heute mal für den geworfen. Komm weiter, Galopp! Anni! Ja, Fak. Mach nichts, mach nichts. Alle vier einfach weiter. Einfach weiter. So, ich bin mal wieder hinten. Da ist mein Pferd. Zinnik hat übrigens meine Schabracke drauf. Ja, finde ich auch, die steht ihm auch. Oh, du, ich hab die bezahlt! Man sieht, wie fertig alle sind. Zinnik spürt ihre Knie nicht mehr, mein Pferd steht in der Box und will nicht mehr. So, sie liegt da rum. Ah ja. Da kommt die Paula. Die denken sich, aber scheiße, was denn das? Oh Gott, das dreht sich zu mir. Hallo Paula. Leg dich da zu, Zinnik, genau. Halt, stopp. Oh Gott. Hallo. Hallo. Ich weiß, was mir zu machen. Oh, das ist ein Pferd. Ich weiß, was mir zu machen ist. Hallo. So Leute. Ich zieh mich jetzt aus. Wuhu. Du, 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 du. Das ist halt das Vernehmen vielleicht. Mein Pferd steht da. Hat einfach nur keinen Bock mehr. Aber nein, das ist ein Pferd. Loens. Du, du, du.